PEGI 18 Agent 47 wurde als Killer gezüchtet und geboren. Er ist absolut einzigartig. Niemand reicht an ihn heran. Nur wenige Menschen können diesem Mann das Wasser reichen. Deshalb geben wir ihnen die Chance, seine Instinkte zu nutzen. Erkennen sie Gefahren und Chancen. Finden sie ihre Ziele. Erhaschen sie einen Blick auf die unmittelbare Zukunft. Situationen zu lesen, wie er es tut. Natürlich entscheiden sie, wie viel von seinem Instinkt sie brauchen. Und wenn sie bereit sind, eifern sie 47 im Puristenmodus nach. Aber kommen sie nicht angerannt, wenn es nicht klappt. So, das war's. Wir haben sie in Schale geworfen. Wir haben ihnen alle erdenklichen Werkzeuge gegeben. Und eine riesige, lebendige Welt. Jetzt liegt es an ihnen. 47 ist zurück. Es war uns eine Freude, meine Damen und Herren. Das Spiel erscheint am 20. November. Viel Glück. Da sind zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017